sorry man ist es sechs so ich mache ein bisschen werbung hier kann man lesen so für metal covers halt habe ich in youtube gefunden drei leute halt so meine idole halt so der erste ganz unten rechts smith metal also 331 erok heißt er der spielt halt alle metal sachen halt nach der kann das sehr sehr sau sau gut mega gut so jetzt habe ich neu gefunden hier valkona wo jemand heißt auch nicht richtig ausgesprochen so das heißt so noch professioneller quasi sondern da hier der dritte ist in der mitte little v wie ja schon gänsehaut bei dem gekriegt ja also metal sachen nachspielen hier die drei sind top favoriten halt so quasi ja da kostet da kostet so kannst du erst mal trinken fliegt die asche am boden was ist hier los so ja so hier die drei so das meine idole hat und youtube so quit und 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 und